moin leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 21 video hier auf meinem kanal schön dass ihr mit am startseite freunde jawohl wir holen uns heute ein starper spieler habe ich so am rande mir jetzt gerade so mitbekommen dass ich mir den auch holen kann seine guten sagen vom star wars und genau freunde mit vandaix aktuell so aus ich habe gucken ja es fehlen noch die beiden hier ja wenn ich also würde man da jetzt auf jeden Fall bald am start ich muss auch die beiden hier abholen machen wir aber dann wenn ich mir mal die kohle also die nächsten tage ist dann auf jeden fall ab start der gute mann natürlich eine premiere haushand von ihr kennt mich hoch ist ja schon so tradition kann man sagen auf dem kanal genau und das team abgibt dann gleichzeitig auch die nächsten tage kommen freunde es wird auch immer weltfreundes team upgrade wird auf jeden fall weltzeit auf jeden fall gehypt und genau wie können wir uns jetzt den guten ja sagt sagen abholen von bremen genau hier ist der gute mann 99 stürmer ja ich werde mir holen und jemand das hier will nicht auslaufen aber ja ja eigentlich ja so steps mäßig ist jetzt auch nicht so gut muss ich sagen das ist jetzt mäßig ist ja auch nicht so krass egal egal freunde ich hol mir jetzt einfach mal auf freunde abfahrt ich drück auf abruf freunde und es gibt ein pack let's go 3 2 1 iqué ist ja es kommt die halt diesesحدue ich bin krasse stecken könnte und kümmer uns auch weiterholen wer noch wert bestimmten die million der million ist auf jeden fall wert im oder bin ich lost das ist jetzt hier die frage 1,2 kommen können 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 stellen wir mal für 1,1 drauf mal gucken mal gucken 11 dann mache ich hier eine million mal gucken das wäre schon es wäre schon ein bild wenn er für eine mülle rausgehen würde freunde so ist er nicht biontech habe ich auch noch hätte sich nicht verkauft jetzt nicht verkauft okay wieso ist also billig und was hier mit dem ja okay freunde okay kann auch immer machen es haben wir schon event angestellte bei ich nehme ja auch ein bisschen in verzögerung auf also nicht immer tag ist aktuell nicht wundern hoch genau weil ich mir aktuell im urlaub und war es ein bisschen schwer ja hier ist nichts besonderes was haben wir hier können wir auch nicht hier ein 50 sparen immer noch ne strand party würde ich ja gerne noch mal sechs tage ich versuche mal zu streamen weil ich würde gerne noch im streamer raushauen muss ich mal schauen freunde muss ich auf jeden fall mal schauen ob ich da ein stream hinbekomme wird auf jeden fall schwer wird auf jeden fall schwer und alle können sie noch diesen ja ist ja mal mal landauwitch abholen jetzt kommen wir auch noch mal hier let's go landauwitch oder wie typ wie er typ auch immer heißt ist am start jetzt habe ich komplett vergessen weil ich ja die ganzen punkte abholt habe bei van dyck der auch bei der straße es wird bilden es wird einfach nur bild aber ich mal dass nichts wert weil er ist ja viel to play nee die träumen mich doch die träume ich doch der ist für you play weil er kann nicht so viel wert sein er ist für you play ihr wollt ich mich verarschen ist der ist nein nein das kann ich das kann ich sein das kann ich sein freunde das kann ich sein ich habe ich was verpasst der ist doch video play oder habe ich ihn einfach zu früh kann seine weil ich habe ja den pass geholt gleich ist der free to play erst später möglich ich mache mal 4,1 und ja 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 ok 7.000 nämlich mit 7.000 nämlich dann doch mit überrascht mich jetzt von überrascht mich ehrlicherweise jetzt schon hätte ich jetzt nicht mit gerechnet real talk an der sich an dieser stelle hier mal real talk so ja nehme ich auch gerne mit so ein sisoko wird mir nicht angezeigt perfekt jetzt ich habe ja noch so ein jahr um limmeln er ist auch da dem ich eigentlich auch verkaufen von dem letzten event ich habe hier so viele spieler vor der krank muss die alle mal aus müssten wir kommen in milde muss ja ich noch bringen oder gut ich mach mal 13 13 13 so genau und dann klappt jawohl freut das sollte auf jeden fall guter bereit sein freunde und ja das geht bis zum video wenn es dir gefallen hat lasst dir ein like lasst dir ein abo da wir sehen uns morgen in einer guten video freunde bis dahin haut rein und tschüssi